ok gucken wir da kurz mal rein was was geht hier 27 minuten ernstes video ein talk video mit euch was ich schon sehr sehr lange nicht mehr gemacht habe früher haben wir das öfter gemacht zu sachen wie damals dem 99 damage liga bahn und so die leute die schon länger dabei sind die erinnern sich vielleicht heute soll es aber um das thema gehen warum ich in zukunft auch auf youtube live stream werde der titel ist natürlich ein bisschen reißerisch gewählt einfach deswegen weil ich so viele von euch damit abholen möchte wie möglich weil ich ansonsten das thema immer wieder im chat aufgreifen muss wenn dann leute fragen warum streamst du jetzt auf youtube oder warum bist du jetzt gerade auf twitch live denn es wird so sein das vorweg um euch zu beruhigen ich bin aktuell sieben tage die woche und ich möchte in der zukunft ein oder zwei tage davon auf youtube stream das hat mehrere gründe ich werde heute in dem video nicht komplett im detail auf die ganzen änderungen eingehen die dafür gesorgt haben dass ich das machen möchte wen das interessiert ihr könnt euch das ausführlich angucken und da würde ich euch empfehlen euch das video von stay anzugucken das werde ich auch in der video beschreibung verlinken das heißt darum werde ich wohl twitch verlassen müssen und das folge video darauf was passiert jetzt twitch hat nämlich in den letzten monaten und wochen einige änderungen gebracht und angekündigt die sich nicht nur negativ für mich als live streamer auf der plattform auswirken sondern auch euch als zuschauer und das sind alles änderungen bei denen sich twitch extrem an euren abonnements und werbeeinblendungen bereichert aber immer mit der begründung bei deren offiziellen statements dass die das ja alles nur für die streamer machen weil die da hallo server sind teuer chat 70 30 geht nicht das muss halt bezahlt werden damit mehr verdienen sollen und ihr als zuschauer eine bessere experience auf der plattform haben sollt was halt vom vollkommener schwachsinn ist twitch melkt gerade die kuh bis zum letzten tropfen wie gesagt gucke ich das video von stay an das geht eine halbe stunde ich möchte jetzt nicht alles eins zu eins wiederholen was er erklärt hat da kriegt ihr alle infos wo fange ich am besten an ich streame schon seit april 2014 auf twitch ich bin seit 2014 im september twitch partner und hatte dort die vorteile von einem exklusiven partner vertrag ab 2016 rum was bedeutet dass für alle abos die reinkommen ich einen 70 30 cut hatte das heißt pro abo was ihr bezahlt habt damals für 499 bekomme ich davon 70 prozent das hatten damals nur ein paar streamer die die plattform mehr oder weniger mit aufgebaut haben viele zuschauer hatten da hast du jemand von twitch das angeboten bekommen das habe ich jetzt so seit 2015 oder 2016 wenn du als neuer streamer auf die plattform kommst hast du ein 50 50 revenue share was übrigens schon ziemlich frech ist das sind normales her das einmal als hintergrundinfo so dieses preise wurden angepasst vor ungefähr einem jahr vielleicht ist es auch ein bisschen kürzer her und zwar war das das update wo regionale abo preise angepasst wurden mit ja die wäre die änderung war wirklich total weltklasse by the way die hat gar nicht das portmonee gehittet der begründung von twitch dass je nach wohnort natürlich andere lebenshaltungskosten herrschen ähm und sich zum beispiel ähm ja leute in der türkei ein abo von 499 nicht so leicht leisten können wie in deutschland oder der schweiz natürlich deswegen die abo preise angepasst werden ähm so ist es gekommen dass in deutschland jetzt ein twitch abo statt 499 399 kostet bei mir jetzt hier in der schweiz ist der abo preis tatsächlich angehoben worden also wenn ich jetzt bei jemandem bei twitch abzahle ich 599 statt 499 und hallo ich glaube in manchen ländern ich glaube türkei ist sogar eins davon kostet ein sub nur noch 1 99 das hat twitch damals gebraucht ich habe übrigens subscriber aus der türkei ich weiß gar nicht wie das kommt ich weiß gar nicht wie das kommt dass ich subs aus der türkei habe das update eben mit der begründung dass sie möchten dass möglichst viele leute auf dem plattform abo abschließen können insgesamt ist es aber dann dazu rausgekommen dass wenn man alle länder weltweit betrachtet du mit 20 prozent weniger einnahmen durch abos rechnen kannst weil im schnitt der abo preis 20 prozent gefallen ist und das hat natürlich auch streamer beispielsweise in der türkei ziemlich gefickt um es mal böse zu sagen denn wenn du vorher für 100 abos eine 50 prozent bekommen hast beim preis von 499 und jetzt kostet dann es hat nur noch 1 99 haben sich deine einnahmen natürlich immens verringert und das hat einige streamer auch da in den ruinen getrieben twitch sagte aber öffentlich in deren statements da jetzt aber der durchschnittliche abo preis 20 prozent günstiger ist können ja viel mehr leute es haben wo das ist so witzig wie sie dir diesen ganzen plunder jedes mal verkaufen womit damit zu rechnen ist dass mindestens 20 prozent mehr leute abschließen die streamer damit rechnen können mehr einnahmen zu erzielen ich merke das bei youtube ich habe 99 cent abo ich kann mich gar nicht mehr retten vor selbst bei youtube also wirklich das ganze ist jetzt einige monate her ich kenne keinen einzigen streamer bei dem das wirklich der fall ist also ich habe nicht mehr abos bekommen dadurch dass die preise jetzt 20 prozent günstiger sind und ich kenne auch keinen anderen streamer bei dem das der fall ist der eigentliche grund warum twitch dieses update gebracht hat war der dass wir twitch prime haben für die leute die das nicht kennen es gibt ein amazon prime abo bei dem ihr zum beispiel wenn ihr bei amazon was bestellt am nächsten tag die lieferung bekommt oder keine versandkosten zahlt und als subvention für twitch hat sich amazon mal dazu entschieden für leute die in amazon prime abo haben twitch prime einzuführen was bedeutet dass du einmal im monat mit einem amazon prime abo kostenlos bei einem streamer abonnieren kannst wofür du nicht mehr zahlst aber der streamer bekommt die kohle wie für einen normal bezahlten sub was ja eine sehr geile sache ist wodurch auch sehr sehr viele streamer immer von profitiert haben aber das ist natürlich alles sehr sehr teuer für twitch geworden wenn man 96 glaube ich im monat für amazon prime zahlt müssen die zwischen zwei dollar 50 und was waren drei dollar 20 oder so an twitch streamer abdrücken und um das ein bisschen zu kompensieren und runterzufahren haben sie damals dieses update gebracht mit abo preise 20 prozent gesenkt was jetzt bedeutet dass man auch für ein twitch prime sub natürlich weniger bekommt wodurch twitch beziehungsweise amazon wieder 20 prozent mehr in der tasche hat erst mal das ist ja das vergessen ganz ganz viele menschen erst mal haben sie werbefreiheit aus den prime raus genommen vor vier jahren drei jahren ungefähr so haben sie es rausgenommen dass man auf twitch werbefreiheit genießt das war der erste cut in in prime rein so das war aber alles nicht so wild ein paar leute werden sich auch über dieses update gefreut haben weil die abo preise günstiger geworden sind jetzt die neuesten neuerungen und da werde ich euch mal ein paar sachen zeigen sind dass ich als langjähriger twitch partner der seit bald neun jahren auf der plattform streamt meinen exklusiven partnervertrag verloren habe also ich habe seit sechs jahren partnervertrag der sagt geil du hast uns damals geholfen die plattform mit aufzubauen deswegen haben wir die damals 70 30 revenue share angeboten die werden ab nächsten jahr mehr oder weniger wegfallen und da gibt es auch wieder dubiose statements von twitch warum die das machen aber noch mal als hintergrund in zukunft wird das so sein es gilt noch nicht für dieses jahr sondern für die leute wie auch ich die den 70 30 cut hatten bei twitch wird so sein dass die ab 2023 weiterhin den 70 30 cut bekommen bis zu einem grenzwert von 100.000 dollar im jahr verdient durch twitch da bin ich mir gerade nicht sicher ob das brutto oder netto ist aber wir behalten die zahl einfach mal im hinterkopf das heißt wenn ich im jahr irgendwann bis zu 100.000 euro mit twitch verdiene dann habe ich auf diese summe den 70 30 cut für jeden sub der darüber hinaus kommt nimmt mir twitch in zukunft aber und allen anderen streamen 20 prozent weg und sagen ab dem 100 und dieses thema ist so schwachsinnig das ist so schwachsinnig andersrum wäre es doch eigentlich viel belohnender weil menschen sich theoretisch bemühen mehr geld zu verdienen warum machen die das denn so rum warum machen die das so rum ich verstehe es nicht das ist total bescheuert du verdienst viel bringst der plattform viel und sie nehmen dir was weg anstatt es andersrum zu machen was viel intelligenter wäre 1000 verdienten euro ist es hat 20 prozent weniger wert und wir nehmen 50 prozent pro sub natürlich und das möchte ich auch noch mal ganz klar und deutlich sagen was garantiert wieder ein paar leute gibt die sagen 100.000 euro muss natürlich auch erst mal verdienen und das ist natürlich so 100.000 euro scheiße viel geld dafür dass du vom pc sitzt ein paar spiele spielst und ein paar projekte ausdenkst aber naja von twitch wird darüber offenlich gesprochen damit nicht jeder sich 70 30 holt ganz einfach was nicht jeder weiß kann nicht jeder machen ich meine wir sehen ja diese änderungen also die leute die bei twitch ein abo bei einem streamer da lassen machen das mit dem hintergrund weil sie gerne den streamer supporten möchten so viel es geht weil die den content feiern die streams cool finden die videos vielleicht cool finden und nicht weil sie gerne amazon ein multimilliarden konzern noch mehr geld in den arsch blasen möchten und das ist jetzt das neue update was twitch gebracht hat wo sie dann irgendwann gesagt haben erst mal lösen wir die exklusiven partnerverträge auf wir möchten euch mehr flexibilität bieten wodurch es jetzt auch möglich ist für mich auf anderen plattformen zu streamen wie zum beispiel youtube oder facebook das ist halt immer so witzig du kannst diese ganzen moves auf dauer kannst du du weißt halt was kommt facebook ist für mich natürlich keine option da ich aber schon großen youtube kanal habt möchte ich das gerne nutzen es ist aber nicht erlaubt auf großen plattformen zeitgleich zu streamen also ich dürfte jetzt nicht auf twitch youtube und facebook zeitgleich live stream aber ich könnte zum beispiel auf twitch tik tok oder instagram live live sind das erstmals hintergrund info mit der aufhebung der exklusiven partnerverträge habe ich jetzt auch die erlaubnis auf youtube zu streamen was ich vorher nicht gedurft hätte so dann haben wir hier einen ganz langen blog post wo twitch erklärt warum die das gemacht haben ich durfte das also ich darf das immer noch und ich durfte das auch ich durfte nur kein kein gaming content warum die den die grundumsatzbeteiligung in zukunft auf 50 50 wieder runterfahren möchten nämlich mit der begründung dass alle stream auf der plattform ja gleich behandelt werden sollten und es keine premium bedingungen mehr geben sollen weil alle streamer gleich viel dafür beitragen dass die plattform da ist wo sie ist da stimme ich natürlich bedingt zu weil ich der meinung bin dass ein weiß ich nicht ein stay ninja oder ein shroud die schon vor acht jahren auf der plattform gestreamt haben vermutlich mehr dazu beigetragen haben dass twitch jetzt da ist wo es ist als jemand der jetzt erst seit einer woche streamt oder so und ich denke da sind wir uns einig aber eben in einem statement auch ganz ganz dubiose begründung ich musste mal ein bisschen rum scrollen wie hier die community ist natürlich jetzt auch darum dass wir mehr geld verdienen aber es geht uns immer nur um die community ja und so steht es hier dann auch noch mal ein statement muss ich gerade gucken dass mich kurz gucken genau für die streamer die noch die premium bedingungen haben dazu zähle ich auch mit dem 70 30 vertrag ist es so dass die dass der revenue share also 70 30 für die einnahmen für die ersten 100.000 dollar aus abonnements auch beibehalten werden das habe ich euch ja gerade gesagt aber einnahmen die über 100.000 dollar hinausgehen unterliegen in zukunft der standard aufteilung von 50 50 bedeutet wenn ich im kalenderjahr die 100.000 dollar einnahmen überschreite dann drückt ihr mit eurem sub nicht mehr 30 prozent an twitch ab sondern 50 50 weil twitch dann irgendwann sagt jo du hast 100.000 dollar im jahr verdient das reicht eigentlich wir finden dass wir jetzt wieder 20 prozent mehr dafür bekommen sollen dass eine einzelperson zu hause einen eine einzelperson nämlich den streamer unterstützen möchte ihr könnt euch gerne dieses ganze statement noch mal in ruhe angucken oder guckt euch das video von stay an da dröselt er das alles noch mal auf alles sehr sehr scheinheilig begründet und ja wenn du ein bisschen in der szene drin bist weißt du halt einfach dass twitch wirklich nur darum geht noch mehr kohle zu machen twitch ist ja mittlerweile profitabel das war viele jahre nicht so das ist aber seit 2021 ist es so 2019 waren die so break even mittlerweile macht twitch aber kohle und die gründen das zum teil damit auch dass die serverkosten so hoch seien und man hier sparen muss wo man will aber twitch macht seit 2021 kohle das ist auch alles öffentlich einsehbar bei den bei den quarter results die amazon öffentlich postet so das ist das eine das was ich euch jetzt zeige muss ich euch nicht zeigen ich mache es aber trotzdem weil ich mit euch immer super offen und transparent mit solchen sachen umgegangen bin und zwar sind das meine twitch einnahmen die ich seit januar 2022 gemacht habe dort da sehen wir hier in meinem twitch dashboard wie das gönne ich dir aussieht also ich habe schöne zahl wirklich schöne zeit gönne ich dir seit januar 2022 1400 stunden gestreamt das sind gut dieses jahr hatte ich auch ein paar mehr pausen sind so 35 stunden die woche was nicht sonderlich viel ist ich glaube wenig ist es auch nicht wenn man bedenkt dass ich mindestens das gleiche an zeit noch mal an in weitere projekte wie youtube oder stream vorbereitet ich muss selber gucken gerade emotional damage wie viel hat er gestreamt 1390 stunden okay chad wollt ihr wollt ihr mal ganz kurz okay wollt ihr das sehen wie reich ich bin nur 1,6 k stunden alter ich habe schon fast 400 stunden mehr als drill alter 300.000 naja 2 300 stunden schwach muss man sagen ist wie es ist ist wie es ist ich hätte echt 2k erwartet ne ne bagger also ganz ehrlich muss auch irgendwann mal eine pause machen in den jahren davor ich weiß gar nicht können wir die jahre davor sehen so das ist ein jahr chat vor steuer by the way das ist 2000 das ist 2021 ich habe 2021 2262 stunden gearbeitet du musst dir halt keinen kopf machen um 50 50 muss ich nicht nein gutes geld empfinde ich auch wolle aber vor steuer ne nicht vergessen vor steuer so aber schon eine ordentliche zeit ja klar du aber das ich sage das immer ganz ehrlich mich stört das aber auch nicht also mich hat das noch nie gestört und mich würde das auch nicht stören und wenn da noch weniger draufstehen würde würde mich das auch nicht stören ich mache das weil ich da Bock drauf habe ich habe da Bock drauf ich möchte das machen und da gibt es für mich da auch gar keine Diskussion also nur dass ihr mal nur dass ihr jetzt wirklich es geht hier darum nur einen Vergleich zu haben für euch weil ich habe vorhin schon gesagt ich bin transparent was das angeht wenn mir das wegfallen würde wäre es halt irgendwann natürlich scheiße aber ich habe noch Luft nach oben also ich habe wirklich noch Luft nach oben wo also ich könnte noch weitaus mehr verdienen bevor bei mir ein Cut kommt erstmal also nur dass ich es mal gesehen habe oder eben so Projekte wie RapidLarn und sowas stecke also bei mir sieht eine normale Woche so aus dass ich 70 Stunden für YouTube und Twitch aufbringe 35 davon verbringe ich auf Twitch in Livestreams und dann sieht man hier rechts den Revenue das sind also meine Einnahmen die ich in den letzten 300 Tagen gemacht habe nämlich 111.000 Dollar was unglaublich viel Geld ist und das ist mir auch bewusst da bin ich auch sehr sehr dankbar für aber jetzt ist es noch so und hier sieht man das wie das aufgeteilt ist ich kriege 70% 30% kriegt Twitch und ab nächstem Jahr wo das dann eingeführt ist ab 2023 wird das jetzt bedeuten für jeden weiteren Sub den ich jetzt bekomme kriege ich nur noch 50% und Twitch eben auch 50% wo es jetzt aktuell noch in diesem Jahr 70-30 ist und auch die letzten 6 Jahre so war so und das ist natürlich für mich in einer Ecke doof ich werde ja wenn man das hochrechte 60 Tage sind das noch rechnen wir damit dass da vielleicht noch 20.000 hinzukommen das heißt ich habe bei 30.000 Dollar 20% weniger Einnahmen das kommt dann auf weiß nicht 5.000, 6.000 ich komme gerade wir rechnen mal kurz aus wir haben ja gerade Zeit wir haben 30.000 Dollar deswegen geht das Video auf 27 Minuten drin Entschuldigung Entschuldigung vielleicht davon betroffen sind und davon habe ich am Ende 20% weniger das heißt am Ende des Kalenderjahres habe ich durch diese Changes 6.000 Euro weniger wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe was bei der Summe die da steht und das Witzige ist pass auf mark my words Mark my words you hear it 20.10. 20.2022 12.45 du kommst nicht zurück in 70.30 Share du wirst nicht zurückkommen in den 70.30 Share mark my words natürlich jetzt nicht übertrieben krass ist auf ein Jahr gesehen weil ich gerade so über diesen Threshold halt komme mehr oder weniger aber ihr könnt euch denken wenn du ein richtig richtig großer Streamer bist ich glaube Stay hat das auch gesagt bei Stay fehlen dann zum Beispiel wenn sie dir ab 100.000 50.50 abziehen oder also auf 50.50 ändern wirst du im kommenden Jahr 100%ig kein 70.30 kriegen werde ich mit dir werden sie durchprügeln das werden die durchprügeln weil die Leute das mit sich machen lassen 50.000 am Ende des Jahres was dann natürlich deutlich schlechter ist und am Ende ist es natürlich noch immer so ihr lasst dir ein Abo da weil ihr den Streamer unterstützen wollt und nicht weil ihr denkt Alter Amazon ist so ein geiles Unternehmen ich gebe jetzt 4 Euro für einen Sub aus die 2 Euro die gönne ich Amazon jetzt aber wirklich von Herzen aber richtig also es wird kommen die ganzen Änderungen die wir jetzt gerade sehen sind sehr gewinnorientiert für Amazon da ist nichts für Streamer nicht für die Plattform das ist wirklich nur die Tasche die Amazon sich größer macht keine der Änderungen die gekommen ist in den letzten Jahren ist dazu gewesen dass wir als Content Creator mehr Geld verdienen ist es nicht ist totaler Dünnschiss die Werbung die sie ausspülen bringt denen noch mehr Kohle als uns das nachher bringt weil unser Cut super scheiße sein wird und das Schlimme ist dass US-amerikanische Unternehmen dir das sehr gerne so verkaufen ich habe ich persönlich und ich sage das immer wieder das geht hier nicht darum dass wir zu wenig Geld verdienen darum geht es nicht wir verdienen gutes Geld und das ist alles tippitoppi nur am Ende sind die Änderungen nicht für uns und das ist das einzige Problem daran was ich habe uns wird das verkauft oder mir wird das verkauft als wenn das für uns ist ist es aber nicht es ist Quatsch es ist Quatsch die können einfach sagen ey das ist für unsere Tasche nicht für eure Tasche und da geht es noch nicht am Ende darum sich zu beschweren als Content Creator weil wir zu wenig Geld verdienen ähm und ich denke auch dass der ein oder andere Zuschauer einfach gar keine Relation dafür hat was Steuern überhaupt jeden Monat von dem Konto eines Content Creators weggehen als auch Angestellte als auch monatliche Kosten also ich sage mal so Menschen haben keinen Kontext dazu wie viel ein Unternehmen monatlich ausgibt und was am Ende in die eigene Tasche kommt aber das spielt jetzt erstmal keine Rolle diese Änderungen die sie verkaufen ist einfach prägend für die Industrie weil wenn ein großes Unternehmen das durchzieht werden wahrscheinlich andere Unternehmen mit hinterherziehen und das ist halt in meinen Augen absoluter Tünniff weil das was sie uns äh als Infrastruktur hinstellen hat sich seit Jahren nicht verbessert sondern eher sogar noch verschlechtert das heißt also sie verschlechtern die Plattform und wollen aber mehr Geld haben und das ist irgendwie in einem Widerspruch in sich wo ich mir sage als Content Creator holt sie vor und was soll das denn jetzt warte mal kurz seit Jahren kommen nur noch blödsinnige Feature raus nur noch monetarisierte Feature die Plattform an sich haben wir gestern Abend schon wieder gesehen acht von zehn Server sind einfach am abscheißen abends weil die gar nicht hinterher kommen und dafür soll ich jetzt mehr Geld abdrücken Moment was soll das denn das ist doch Quatsch und keine andere Plattform maßt sich diesen diesen User Cut eigentlich an 70-30 ist so eine Sache da kann man mit leben da kommt genug Knete bei rum andere haben 80-20 90-10 gibt es auch oder ich verstehe einfach den Gedankengang nicht dahinter und dieser Gedankengang ging damals schon los als sie Twitch Prime eingeführt haben wir alle gejubelt haben anderthalb Jahre später haben sie die Werbung rausgenommen sodass alle wieder Werbung gucken weil sie gemerkt haben okay genug Leute haben sich Amazon geholt also Amazon Prime dann haben sie die Werbung rausgenommen sodass Turbo wieder attraktiver wird wobei Turbo einfach überhaupt gar nicht attraktiv ist weil es einfach viel zu teuer ist für das was du da was du da am Ende für kriegst da ist YouTube Premium einfach ein Goldesel dagegen plus dass sie dir diese diese Sub-Anpassung einfach so verkauft haben als wenn das super toll ist dabei war es der absolute Scheiß und damit haben sie super super viele Content Creator auf der ganzen Welt einfach nur komplett gefickt damit und die komplette Existenz kaputt gemacht und haben sie aber trotzdem ja mehr Leute es haben davon siehst du nichts es haben nicht mehr Leute das ist Quatsch und über die Zeit haben sie diese Plattform einfach so sehr verändert dass die alten Werte die nicht mehr die nicht mehr wirklich vertreten werden komplett in den Hintergrund gerückt sind und ich weiß Amazon ist ein gewinnorientiertes Unternehmen und das ist auch völlig fein und Kapitalismus funktioniert so sie sollen es dann aber nur einfach ehrlich verkaufen und nicht so ein wischi waschi geblödel und es ist leider nur mal wischi waschi geblödel aber vom Anteil für den Streamer geht doch trotzdem noch die Steuer weg ja natürlich du bezahlst in Amerika Steuern da drauf und dann bezahlst in dem jeweiligen Land wo du noch bist bezahlst du auch noch mal Steuern drauf richtig ich denke Matril wird da gleich nochmal drauf eingehen auch die Werbung ist einfach keine das ist keine Alternative nicht weil die Ausschüttung da ich kann euch das jetzt auch mal ganz kurz zeigen also wenn ich jetzt 20% weniger kriegen würde ja würde dann kann ich euch mal zeigen was mir angeboten wird als äh Alternative so das ist mein Angebot Chat wenn sie wenn sie das machen würden ja also ich würde 50-50 kriegen ist das meine Kompensation im Monat dafür dass ich euch penetriere mit Werbung aber volles volles Brikett penetriere so dass eigentlich keiner mehr diesen Stream gucken möchte das ist meine Alternative so dass jede Stunde vier Minuten Werbung kommt jede Stunde und ich streame verdammt fucking viel Leute ja also im im Schnitt von Streamern streame ich unfassbar fucking viel mit 2300 Stunden im Jahr das ist richtig viel also ganz ehrlich sag ich euch so wie es ist ich verzichte lieber auf 314 Euro im Monat und du kannst das Ding hier werbefrei gucken und hast nicht alle halbe Stunde unskippbare unskippbare Werbung und Werbeblöcke von 6-7 Minuten und setz mich lieber hin und baite einmal lieber mehr damit ihr das gucken könnt das will doch kein Schwanz gucken nicht ich guck mir keine Streams mehr an weil ich mir diese ich kann mir die Werbung nicht mehr reinziehen es geht einfach nicht ich hab letztens hab ich versucht abends Shroud zu gucken und da bin ich kein 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 Sab aber ich hab einen 6-Minuten Werbeblock reingedonnert gekriegt nee ich hab 6 Werbungen reingedonnert gekriegt bevor ich den Stream gucken konnte und der Gag war mitten in der Overwatch-Runde bam nochmal 3 Werbungen reingeklatscht gekriegt wer soll denn das gucken das guckt doch keiner mehr wir sind doch extra aus dem Fernsehen ins Internet gegangen dass wir genau das nicht mehr haben also es geht Amazon wirklich nur darum jetzt möglichst viel Kohle nochmal zu scheffeln was natürlich denke ich für euch kacke ist weil ich denke ihr wollt die Streamer supporten für die Streamer ist es kacke weil die dadurch weniger Einnahmen haben aber was noch gravierender ist und scheiße für euch als Zuschauer ist dass Twitch sehr sehr aggressiv in der Werbepolicy gerade drin ist die möchten nämlich sehr viel aktiver dafür sorgen dass Streamer Werbung pushen das ist ja eine Entwicklung die ihr schon lange beobachten konntet ihr habt am Anfang der Streams oft die Non-Skippable-Ads wo ihr euch drei Minuten am Stück irgendwelche Werbung angucken müsst und Twitch möchte jetzt relativ aggressiv dafür sorgen dass das noch mehr wird also die möchten sich nicht mehr auf die Abopreise oder auf die Abonnement-Cuts einschießen sondern die möchten dass Streamer aktiv mehr Werbung pushen ja weil die Werbung natürlich von anderen Unternehmen bezahlt wird dass sie da geschaltet wird save money und da hast du jetzt hier ein Ads Incentive Program Offer also Twitch möchte mir jetzt bin ich gespannt ein lukratives Angebot dafür geben dass ich jetzt aktiv mehr Werbung schalte und da hast du hier so ein Angebot von und die gehen auch noch in ganz andere Größenordnung wenn ich vier Minuten Werbung pro Stunde auf Twitch pushe kriege ich monatlich 1710 Dollar das ist jetzt vergleichsweise wenig nicht im Vergleich zu anderen Streamern wer auf Twitter unterwegs ist hat da schon Streamer gesehen die da irgendwie mit 200 Average Zuschauern Offers von 4000 im Monat bekommen das liegt aber dann glaube ich darin dass sie in Amerika oder so sind ein anderer Streamer der aber auch deutlich größer als ich hatte hier 44.000 im Monat stehen für 8 Minuten pro Stunde Werbung was natürlich völlig geisteskrank ist und so entwickelt sich Twitch immer mehr in eine Richtung wo dafür gesorgt wird dass ihr deutlich mehr Werbung bekommt die man auch nicht skippen kann was ich auch nicht geil finde weil ich meine ich habe meine Partner ich mache ja selbst aktiv Werbung im Stream zum Beispiel Displayed für Dr. Pepper für Hörlux und damit bin ich fein ich schalte aktiv keine Werbung im Stream ihr habt gerade hier die Offers gesehen 1700 Dollar für vier Minuten ich schalte aktiv keine Werbung und jetzt gehen wir mal auf die letzten 30 Tage oder gehen wir mal auf den Dezember einfach das war der Rapidlan Monat da habe ich relativ viel gestreamt und da sehen wir dass wir in dem Monat der Rapidlan habe ich 1000 Dollar durch Werbeeinnahmen gemacht ohne Aktivität und bieten dir 700 Euro mehr an das okay damit ihr auch mal einen Vergleich habt also so ich habe im September habe ich das verdient an Werbung ich habe euch das mal markiert 151 21 so mir werden 300 angeboten dafür dass ich jede Stunde also wirklich ihr müsst halt dabei bedenken jede Stunde jede Stunde vier vier Minuten Werbung mache jede Stunde ich mache jetzt gar nichts jetzt mache ich nichts das heißt also ich habe vier Minuten also auf acht Stunden würde ich 32 Minuten am Tag würde ich Werbung machen und kriege eigentlich quasi nur das Doppelte ist September nicht immer der stärkste Monat ne also ich verdiene im September am wenigsten Geld witzigerweise das ist also wirklich nur die Werbung die am Anfang des Streams kommt und das ist halt ungefähr da wo das hier auch ist das heißt teils gab es auch Monate wo mein Ad Incentive Offer schlechter war als das was ich ohnehin schon bekomme ohne dass ich aktiv Werbung schalte also müsste ich das zehnfache an Werbung schalten um weniger zu bekommen und bei vielen Leuten im deutschsprachigen Raum ist das dasselbe also Twitch möchte da gerne dass ihr mehr Werbung schaut was ich halt auch nicht geil finde und das wird die Zukunft sein also es wird auf Twitch auch immer mehr Werbung kommen weil ich mir denke ich habe meine fünf sechs Streamer für die ich Werbung mache und dann Werbung mache wenn ich meine es passt wenn wir irgendwie eine Matchmaking Pause haben und Leute gerade pinkeln sind kann ich kurz mal ein Shoutout für Display zum Beispiel raushauen oder so und das sind auch Sachen die zu mir und meinem Kanal passen also meine Werbepartner suche ich mir aktiv aus und das sind dann in der Regel auch Sachen die zu meinen Zuschauern passen wie jetzt zum Beispiel mit Skinport oder so und ich habe einen Einfluss darauf welche Werbung gerade im Stream kommt bei der Werbung die auf Twitch geschalten wird kann das sein dass das Werbung für irgendeinen VPN Service ist für irgendeine ja was kommt denn im Moment im Fernsehen für Quatsch also weiß ich irgendwelche Steuerberatungs-Apps oder sowas da kommt halt jeder Unsinn und ich würde mal behaupten dass ihr lieber einem Streamer dabei zuguckt wie ihr einen wirklich authentischen passenden Partner vorstellt als euch drei Minuten lang irgendeine Werbung von Firma X anzugucken also das ist eine Neuerung oder eine Änderung die bei Twitch in Zukunft kommen wird die sich für euch auch negativ auswirkt und um noch mal ein Beispiel zu bringen was jetzt auch ein sehr negatives Update war was gekommen ist da gehen wir gerade mal auf den Kanal von Franzi die streamt gerade PUBG und zwar ist das das neue geniale Donation Tool von Twitch man kann ja bei Streamern das haben viele Franzi sicherlich auch kann man donaten über externe Plattformen wie Streamlabs wenn ich sage yo ich möchte dich jetzt direkt unterstützen kann ich jetzt sagen Franzi ey geiler PUBG stream geile Runde ich möchte dafür jetzt gerne 5 Euro spenden die gehen dann direkt an Franzi da gehen vielleicht noch ein paar Gebühren an Streamlabs ab oder an Paypal oder so das sind aber in der Regel weiß nicht lass es 5% sein Twitch hat jetzt aber ein neues Feature gebracht womit du im Chat direkt donaten kannst und zwar nennt sich das ganze Elevated Messages also hervorgehobene Messages und da kann ich jetzt für eine Nachricht die ich eine Minute lang anzeigen lassen kann 10 Euro bezahlen sondern steht hier umso mehr Geld ich ausgebe umso mehr supporte ich Smashlunetic und umso länger wird meine Nachricht hervorgehoben da denkst du dir ja als jemand der sich da vielleicht nicht mit auseinandersetzt ey geil wenn ich jetzt richtig geil drauf bin hab einen geilen Tag ich möchte Franzi jetzt gerne 100 Euro dafür geben dass meine Nachricht hier 10 Minuten unterm Chat irgendwo steht schreibe ich dann hier geile Runde GGWP dann wird die Nachricht 10 Minuten angezeigt und es ist eine Chatnachricht zu sehen was man aber auf den ersten Blick nicht sieht was hier natürlich nicht drin steht ist dass von den 100 Euro 30% bei Twitch landen da steht nämlich dann wenn man hier auf Learn More geht und sich das durchliest das macht natürlich jeder von euch da steht dann nämlich dass diese Einnahmen auch nochmal gesplittet werden nämlich 70% an den Streamer 30% an Twitch und früher gab es auch solche Updates wie zum Beispiel mit den Twitch Bits wo du als Streamer entscheiden konntest möchtest du dieses neue Feature auf deinem Kanal haben oder nicht ich hab zum Beispiel auch erst nach einem Jahr als es die Bits schon gab das überhaupt eingeführt weil ich das am Anfang nicht haben wollte und das ist jetzt bei solchen Features nicht mehr das heißt du kriegst das man kann das nicht mehr ausmachen das kriegst du so oder so ob du willst oder nicht das Streamer aufgezwungen und kannst das nicht deaktivieren wenn du sagst ey ich hab doch Streamlabs da können mich die Zuschauer schon direkt supporten wenn die das möchten und dabei landet auch 95% bei mir und du hast nicht geiles vergiss die Steuern nicht und das sind alles Änderungen die nicht cool sind weswegen ich mich als jemand der seit Jahren hauptsächlich oder ja nur auf Twitch streamt jetzt am Punkt angekommen wo auch ich sage ich möchte mich auf Twitch als Livestreaming Plattform nicht mehr ausschließlich verlassen und ich möchte mir da ein zweites Standbein aufbauen weil ich das Ganze noch gerne länger machen würde und wenn Twitch so weitermacht kann es gut sein dass sie sich damit komplett an die Wand fahren sogar ein Stay der jetzt auch seit 10 Jahren bald auf Twitch unterwegs ist das ist eine Lüge neun möchte sein Entschuldigung neun Partnervertrag in Zukunft auflösen weil andere Plattformen diese Sachen aktuell nicht haben und ich sage das bewusst weil das kann natürlich auch noch in eine andere Richtung gehen und sämtliche anderen Plattformen den 70-30 Cut für die Streamer regulär haben das heißt Twitch ist die einzige Plattform die sich in ihrer Monopolstellung rausnimmt sich bei einem Abo 50-50 rauszunehmen so jetzt habe ich doch wieder viel länger geredet als ich wollte aber ich wollte es alles einigermaßen darlegen guckt euch wie gesagt gerne nochmal das Video von Stay an ich hoffe das ist für euch auch nachvollziehbar genau ich möchte halt gucken dass ich mir mit 1-2 Streams auf YouTube pro Woche hier auch was aufbaue dass für den Fall dass Twitch sich weiter in die Richtung entwickelt und es stand ja noch im Raum dass vielleicht sogar die Twitch Prime Subs komplett abgeschaffen werden wait and see wodurch Twitch dann natürlich überhaupt nicht mehr attraktiv wäre für Streamer bis auf den Chat der natürlich besser ist ich möchte halt durch dieses Experiment das wir jetzt ein-zwei Mal die Woche auf YouTube Stream mir da ein zweites Standbein aufbauen und ich hoffe ihr seid dabei und könnt das alles nachvollziehen ich denke gerade die Leute von euch die wirklich aktiv auf Twitch zusehen und vielleicht sogar ein Prime Sub oder mal eine Donation oder irgendwas da gelassen haben für euch ist das alles nachvollziehbar weil klar wird es auch wieder Leute geben und das weiß ich und das ist auch völlig okay die sagen Alter du hast seit Anfang des Jahres 111.000 Dollar mit Twitch umgesetzt damit kann man sehr gut leben und wie gesagt es geht nicht um Leben darum geht es nicht es geht darum dass Menschen dir etwas wegnehmen was du seit Jahren hast darum geht es das behaupte ich auch nicht mir geht es sehr sehr gut ich gebe mein Geld für keine Scheiße aus ich sitze hier seit 5 Jahren in demselben schwarzen T-Shirt bin in der gleichen 3-Zimmer-Wohnung können wir können wir Trill mal ein neues T-Shirt schicken Trill ich bring dir wenn wir Trill wenn wir uns hier ich bring dir ein T-Shirt mit okay ein schönes dann kannst du mal was anderes anziehen das ist auch okay also ich gebe mein Geld auch nicht für Scheiß auf und kaufe mir Gucci und Versace Klamotten ja dennoch ist es auch so dass ich zwei Cutter habe und jemand der mein Thumbnail macht und das sind monatlich auch zwischen zweieinhalb und viertausend Euro die ich für solche Sachen ausgebe wo so eine 20% Anpassung dann natürlich auch ins negative fällt oder so Projekte wie zum Beispiel die TMFL wo ich gesagt habe Alter ich habe das Geld gerade übrig ich nehme jetzt einfach mal 3000 Euro und gebe das der TMFL fürs Preisgeld da sind so 6000 Euro am Ende des Jahres die dann nicht mehr da sind natürlich auch irgendwo tun die weh aber wie gesagt hauptsächlich geht es mir darum dass das Changes sind die einfach so beschlossen werden und ich kann mich auf Twitch als Livestreaming Plattform nicht mehr so verlassen wie das vielleicht die letzten Jahre der Fall war deswegen werden wir jetzt auch mal auf YouTube streamen wir fangen damit in der nächsten Woche an ich habe mich noch nicht damit auseinandergesetzt wie das alles auf YouTube funktioniert ich weiß nur und vielleicht gibt es da den einen oder anderen von euch der aktiv Streams auf YouTube verfolgt dass man die Subpreise manuell ersetzen kann bei YouTube das heißt ich kann hier auch einen Sub für 99 Cent anbieten und dann kann ich auch verschiedene Tears machen ich weiß dass auf YouTube mit einer deutlich besseren Qualität gestreamt werden kann und was auch ganz geil ist und das haben wir damals beim Pogreff gesehen du kannst den Livestream pausieren und dann dort weiter gucken wo du aufgehört hast das geht auf Twitch ja nicht wenn ich jetzt den Stream von Franzi pausiere gehe 5 Minuten pinkeln komm wieder fehlen mir die 5 Minuten auf YouTube kann ich dann da weiter gucken wo ich war wie ein VOD quasi und wenn ich dann zum aktuellen Stand springen möchte kann ich vorspulen also YouTube hat da bis auf den Chat echt einige Features womit sie auch Twitch überlegen sind und das einmal zu meinen Hintergründen ich hoffe ich habe nichts vergessen ich hoffe es ist alles nachvollziehbar dabei nochmal als finale Statement ich bin sehr sehr dankbar dafür dass ich so lange so auf Twitch auch Livestream konnte ich verdiene sehr gut mit dem was ich da mache auf Twitch verdiene ich dreimal so viel wie mit YouTube also die Kosten die ich monatlich habe durch durch die beiden Cutter und Thumbnails werden nicht durch meine YouTube Einnahmen gedeckt wenn wir da gerade mal sind kann ich euch das auch gerne zeigen wie gesagt ich habe da nichts zu verbergen mein Subcount war auch immer öffentlich also für Leute jetzt überrascht waren wie viel das jetzt vielleicht mit Twitch ist das war immer öffentlich weil jeder wusste was mein Cut ist und meine Subpreise sind öffentlich jetzt gehen wir mal auf meine YouTube Analytics und da kann ich euch gerne auch meine YouTube Einnahmen zeigen die belaufen sich nämlich im ähm letzten Monat weiß ich das hier irgendwie ja so die belaufen sich auf 2585 Euro was weniger ist als ich monatlich für beiden Cutter und Thumbnails ausgebe deswegen ähm war Twitch schon immer so mein wenn ich die Rechnung anstellen würde hui da ein Hauptstand Entschuldigung muss ich selber lachen Alter wollt ihr mal eine richtig schöne Milchmädchenrechnung sehen Chat wartet dann können wir alle gemeinsam lachen dann lachen wir gemeinsam komm wenn wir wenn wir schon dabei sind lasst uns eine Milchmädchenrechnung machen also das verdiene ich mit YouTube Monat also nur diesen Monat die letzten Monate war es weitaus weniger mein Cutter kostet 900 im Monat so jetzt könnt ihr mal ausrechnen wie viel Gewinn ich mache bei YouTube was die Einnahmen angeht was jetzt 20% weniger geworden ist im Vergleich zum letzten Jahr durch die Subpreisanpassung äh und jetzt natürlich nochmal weniger wird dadurch dass ab äh dem Grenzwert der überschritten wird nochmal 20% weniger pro Sub reinkommen ähm ja dennoch geht es mir natürlich sehr sehr gut ich habe Partner ich habe Product Placements die die gut laufen auch extra Geld reinbringen dennoch denke ich ist für jeden nachvollziehbar äh dass das alles Changes sind die ich jetzt nicht geil finde weil ne wenn dir dein Arbeitgeber von heute auf morgen sagt ey mach's nach wie vor die gleiche gute Arbeit wie vorher aber wir geben dir 20% weniger ähm denke ich fändet ihr das auch nicht geil und wenn ich die Möglichkeit hab mir dann nebenbei was aufzubauen und mir ein zweites Standbein aufzubauen dann denke ich ist das alles nachvollziehbar und macht Sinn weswegen wir jetzt in Zukunft auch ein zwei Tage die Woche auf YouTube streamen werden das wird auch alles noch announced ähm wenn ihr da irgendwelche Tipps habt was ich auf YouTube beachten muss vielleicht streamt ja der ein oder andere von euch auch auf YouTube ähm was irgendwie ja wie gesagt Abos angeht oder Emotes oder so lasst es mich gerne wissen und jetzt fange ich glaube ich langsam an mich zu wiederholen was ich noch abschließend sagen wollte ja ich bin sehr dankbar für das was ich machen kann dass ich das schon seit sehr vielen Jahren so machen kann und ich hoffe dass das jetzt nicht so rüberkam äh hier von wegen Alter mir geht's hier um die Kohle mir fehlen hier 30% geil bei YouTube krieg ich da mehr das wird nicht so sein am Anfang weil ich die Subpreise ja anpassen kann das heißt ein Sub bringt mir weniger auch wenn ich den gleichen Subcount habe mir geht's einfach darum ähm Twitch damit auch zu zeigen dass das nicht cool ist und ich hoffe dass da auch ein paar mehr Streamer mitmachen und möchte mir zeitgleich nebenbei zur Sicherheit auf YouTube noch was aufbauen falls sich Twitch jetzt in den nächsten zwei Jahren komplett selbst an die Wand fährt und darum geht's mir ähm und ich hoffe ihr seid dabei und freut euch da auch auf ein neues Experiment danke euch fürs Zusehen jetzt ist das Video doch länger geworden als das eigentliche Statement Video von Stay danke euch fürs Zusehen für alle die es bis hierhin gesehen haben und dann sehen wir uns im nächsten Livestream auf Twitch und in der nächsten Woche dann vielleicht schon auf YouTube auf diesem Kanal hier natürlich danke fürs Zusehen ich freue mich sehr auf euer Feedback und bis zum nächsten Mal hey da hey Trill Alter dafür gibt's erstmal Abo und äh warte hier ich mach auch die Glocke an gib für alles Alter und einen Daumen kriegst du auch noch hier oben einen Daumen kriegst du auch noch so